Jo Leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht ja Candle und halt Kerze und Körper sind da. Bombe auch, aber ich glaube die hatten wir ja im gestrigen Video. Ich habe jetzt erstmal den Körper. Den kann ich zwar nicht so gut, dann versuchen wir auch gleich den Körper mit der ersten Seite und dann das Körper rauszuziehen. Naja das wurde leider nur ein Saito. Schreibt mir in den Kommentar, ob ihr die Tricks alle in real life könnt. Ich zeig euch den. Direkt kann ich nicht. Das war ein Bauchklatscher. Das war ein Bauchklatscher. Warum? Ich flipp. Was soll ich noch etwas machen? So wie die Leute aus der Kette nicht können. ich zeig euch mal leute die körper mit oben versuchen aber es nicht können also besser nicht wollen dann versuchen und weg mit ausmachen und auch klatschen leute weiter geht's naja so lieben von flippen nicht zeigen euch mal wie er hier das macht sie zwar komisch aus man denkt irgendwie hätte da nichts drauf ne freunde treiberg von flipp von ganz rücken kann eigentlich ein dauer der solche schwer zu machen mit ihm mit ihm geht er sogar leicht ist so das ist schon mega schwer hier von doppel von ganz unten und hier sollte wieder mal ein double drin sein 2,5 hier bestimmt schon ein vierer was guckt ihr ich mache jetzt erst mal etwas für die mit denkt es passt bestimmt mich zusammen unser der mann der sprung aber es passt mega gut zusammen von hier kann ich glaube schon double näher waren doch das war ein double doch das war ein double ich würde dann auch recht sagen was was mit dem video freunde auch klatschen schnell machen und einen bauchklatsch ist dann auch drin freunde rücken nein hey freunde warum funktioniert das jetzt nicht wenn ich sagen will dann muss ich das halt anders machen jetzt würde ich es anders machen leute jetzt habe ich etwas gefunden wie ich das machen will ach so jetzt möchte ich euch noch einen neuen trick zeigen er ist vom weg mit dem bein aber das ist eigentlich voll cool hier wollte ich machen so hier soll ich dich das nochmal zeigen wir versuchen einfach mit ihm hier im körper ich würde sagen ich würde sagen dass das mit dem video meine lieben friends und bauchleiter können wir noch abziehen ich freue mich mal wir machen jetzt aus dem körper die katze hier noch eine katze das war keine richtige katze glaube ich nee wir müssen doch erst mit dem gesicht bei einer katze rein ich möchte das mit dem zweiten machen ich möchte das mit dem zweiten ich muss noch kurz was machen für euch ich guck euch diesen Zett was an ich hätte mal warum es zum nächsten mal und ich guck mal hier zu gehen ich guck mal hier zu gehen